Ups, ich habe es schon wieder getan. Ich habe eine Wetterkarte rausgekramt, die zeigt die Farbe rot. Unglaublich! Rote Farben bei Temperaturen von über 30 bis 38 oder 39 Grad. Das hat es ja wohl noch nie gegeben. Spaß beiseite. Viele scheinen ja tatsächlich Panik zu bekommen, wenn sie die Farbe rot auf unserer Wetterkarte sehen. Ich lese es immer wieder unter den Kommentaren. Gestern war es besonders schlimm. Selbst die Unwetter war nun rot. Das war böse. Wie konnte man nur rot benutzen? An diese Menschen den kleinen Tipp, besser nicht draußen im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Da gibt es so komische Dinge mit drei Farben und eine Farbe davon ist rot. Da könnte es ja dann Panikattacken geben. Arzt oder Apotheker helfen vielleicht dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Wie gesagt, die Farbe rot. Ich muss sie wieder benutzen für das kommende Wochenende. Es wird nun mal heiß mit Temperaturen von teilweise deutlich über 30 Grad. Panik muss man keine bekommen. Temperaturen im Westen 35 bis 39 Grad. Das große Schwitzen kommt am Wochenende zu uns nach Deutschland zurück. Und später gibt es zum Teil heftige Unwetter. Aber nochmal zurück zu einigen Kommentaren, besonders von gestern Morgen unter unserem Wettervideo. Wir hatten gewarnt vor Okantivpoli an der Nordseeküste. Da sollte es viel Sturm geben, viel Wind. Es gab viel Wind. Es gab viel Sturm. Es gab Tote und Verletzte in Holland. Es gab Tote in Deutschland. Es gab verletzte Bäume, sind umgestürzt. Und dann musste man tatsächlich unter unseren Unwetterwarnungen solche Kommentare lesen. Wie, so ein Quatsch? Ja, das hat sich wahrscheinlich der ein oder andere auch gedacht, der vom Baum getroffen worden ist. Warum ist Deutschland tiefrot dargestellt? Was soll die Scheiße? Na, ich sag's mal so. Tiefrot sind nun mal Unwetterwarnungen. Und Temperaturen um oder über 30 Grad wurden ebenfalls schon immer rot dargestellt. Da scheint wirklich eine Phobie aufgekommen zu sein. Achtet auf die grellen Farben. Der Klimadepp kommt sich nicht mal doof vor. Also, mein Vater sagte immer wieder gerne einen Spruch. Für manche Menschen gilt er wohl. Intelligenz verfolgt die Menschen, aber einige sind scheinbar schneller. Das scheint wohl in diesem Fall zuzutreffen. Und hier noch, die Karte ist sehr aggressiv dargestellt, um das Klimapakt zu unterstützen. Also, liebe Leute, wir machen das Wetter hier für euch. Jeden Tag sitzen wir dran, werten die Karten aus, bauen unsere Wettervorsagen zusammen. Wir sind weder irgendwelche Klimadeppen noch sonst irgendwelche Idioten. Und die Farbe Rot oder was auch immer hat es schon immer gegeben. Also bitte verschont mich mit eurem Scheißdreck. Wir schauen uns mal so ein paar Bilder an von Poli. Und Poli war ja angeblich ja so ungefährlich. Das sind Bilder von der Nordseeküste Richtung Holland. Und wir sehen, naja, es sind ein paar Bäume umgestürzt. Vielleicht wurde ja der eine oder andere der Kommentatorin von einem Baum am Kopf getroffen. Und deswegen kam der Kommentar zustande. Aber wir sehen, naja, die Warnungen scheinen gar nicht so unberechtigt gewesen zu sein. Hier eine Aufnahme von der Autobahn. Auch da sind ein paar Bäumchen umgefallen. Macht ja nichts. Haben ein paar Autos getroffen, werden die einen wohl jetzt sagen. Und wir schauen hier noch auf das Video. Auch das ist sehr interessant. Viel Sturm. Ja, und da gab es etliche Schäden. Und natürlich war diese Wetterlage lebensgefährlich. Und deswegen gab es eben auch diese Wetter- und Unwetterwarnungen. Und Unwetterwarnungen werden nun mal in Rot dargestellt. Deswegen waren auch große Teile Norddeutschlands mit der Farbe Rot bewahnt gewesen. Meine Güte. Aber jetzt heute gibt es erstmal keine Unwetterwarnungen mehr. Und auch nicht die Farbe Rot auf der Wetterkarte. Zumindest nicht heute am Donnerstag. Heute Morgen ist sogar richtig kühl draußen. Da kommt wahrscheinlich die Eiszeit auf uns zu. Naja gut, genug Ironie. Wir schauen auf die Frühtemperaturen von heute Morgen. Zum Teil deutlich unter 10 Grad. Das kann man nochmal nutzen, um die Fenster aufzureißen. Und kräftig durchzulüften. Zum Beispiel Solan an der Spree. 6,2 Grad. Die Frühtemperatur heute Morgen in zwei Metern Messhöhe. Oder im Saarland Perl 6,0 Grad. Auf dem Brocken natürlich. Gut, da ist es immer ein bisschen kühler. 6,6 Grad. Bamberg 7,1 Grad in Oberfranken. Auch da war es ein kühler Start in diesen Donnerstag. Und diese kühlen Luftmassen, man sollte sie nutzen. Ja, und die großen Regensummen, die sind weiterhin nicht in Sicht. Das sind die Regenmengen bis Montagabend vom deutschen Wettermodell. Und wir sehen lediglich hier im Nordwesten kommen so ein paar Schauer und Gewitter runter. 4, 5, 6, 7 Liter. Im großen Rest des Landes bleibt es überwiegend trocken. Wir schauen mal auf die Trockenheitskarte. Ich will es nicht Dürrekarten nennen. Auch da gibt es wieder Panik. Das Wort Dürre ist auch ganz böse. Und schon wieder rote Farben. Nun ja, was soll man sagen? Was stellt diese Karte dar? Ja, diese Karte stellt die Trockenheit in den tiefen Erdbodenschichten dar. Und ja, ich weiß, es hat im Norden viel Regen gegeben. Aber die Frage ist natürlich immer wieder, wie viel von diesem Regen konnte bis in die tiefen Erdbodenschichten vordringen? Und man sieht ja eindeutig, es war nicht wirklich viel Feuchtigkeit gewesen, die ganz unten angekommen ist. Deswegen ist auch im Norden immer noch die Trockenheit verdrehten. Im Osten und Süden hat sie sogar deutlich zugenommen. Wie gesagt, das ist die Trockenheit in den tiefen Erdbodenschichten bis zu 1,8 Metern tief. Ein kleiner Tipp, wer es nachprüfen will, einfach mal Loch graben bis in 1,8 Metern Tiefe und mal gucken, wie feucht es da unten noch ist. Ja, ein Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Donnerstag. Ein neues Hoch ist gekommen. Wir merken es schon heute Morgen, verbreitet recht viel Sonnenschein. Nur im Norden noch ein paar letzte Ausläufer vom Tiefpoli. Da sind noch ein paar Schauer mit dabei. Das sehen wir auch auf der heutigen Wetterkarte im Norden. Wie gesagt, ein Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Regenschauer heute Vormittag. Ansonsten schon sehr freundlich und sonnig. Temperaturen 22 bis 24 Grad in der Nord- und Osthälfte. Um die 26 bis 30 Grad im Südwesten des Landes. In der kommenden Nacht, da gehen die Temperaturen auf 14 bis 9 Grad zurück. Auch da nochmal angenehme Nachttemperaturen. Temperaturen am Wochenende erwarten wir tropische Nächte. Das heißt, Temperaturen in den Ballungsräumen zum Teil nicht unter 20 Grad. Ja, und dann morgen geht es los mit der Sommerwärme. Der Sommerhitze im Südwesten um die 34, 35 Grad werden dort morgen schon erreicht. Ansonsten 27 bis 31 Grad am Niederrhein bis zu 32 Grad. Noch heißer wird es dann am Samstag werden. Die Temperaturen reichen von 30 Grad an der Ostseeküste bis zu 37 Grad Richtung Rhein-Neckar-Gebiet, Rhein-Main-Gebiet. Und später kann es mal im Südwesten über dem Schwarzwald vor allen Dingen das ein oder andere Hitzegewitter geben. Der Hitzepeak kommt dann wahrscheinlich am Sonntag auf den Südwesten zu. In der Spitze 38 oder 39 Grad. Entschuldigung, aber wir mussten wieder die Farbe Rot benutzen. Ansonsten ebenfalls sehr heiß. Temperaturen 31 bis 35 Grad. Ich sage es nochmal, ich kann das Wetter nicht ändern. So sind nun mal die Temperaturen. Und ich bleibe dabei, Temperaturen bis zu 39 Grad sind keine Standard-Temperaturen. Und dies jede Woche und jeden Sommer bei uns in Deutschland vor 20, 30 Jahren gegeben hat. Wir schauen auf den Montag. Wie gesagt, Sonntagabend auch einzelne Hitzegewitter. Auch der Montag dann durchwachsen. Kühler im Norden, etwas Entspannung. 24, 25 Grad. Aber hier im Süden immer noch sehr schwül warm und drückenschwül zum Teil. 31 bis 34 Grad und einzelne Schauer und Gewitter. Dann wahrscheinlich zum Dienstag nochmal so ein bisschen Hitze hier im Südwesten. Bis zu 35 Grad sind wieder möglich. Auch im Rest des Landes teilweise im Norden wieder knapp 30 Grad. Dann aber in der zweiten Tageshälfte neue zum Teil. Kräftige Schauer und Gewitter. Stellenweise auch unwetterartig. Blitz, Donner, Hagel, Sturmböen. Das volle Programm. Wir schauen auf den Mittwoch. Insgesamt deutlich entspannter. Kühlere Luftmassen erreichen uns dann auch in der Südhälfte 25 bis 28 Grad. Im Südosten gerade mal um 19 Grad. Im Osten 26, 27 Grad. Ab und zu ein paar Regenschauer. Donnerstag, Freitag, Samstag insgesamt ruhiges Sommerwetter. Donnerstag 23 bis 31 Grad. Freitag nächste Woche 20 bis 26 Grad. Und der Samstag 24 bis 31 Grad. Schauen wir uns nochmal an, wo die Wärme herkommt. Wo sind die warmen Luftmassen unterwegs. Und dazu schauen wir uns wie immer die Großwetterlagenkarte für Europa an. Mit den Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe. Warum in dieser Höhe? Weil man dann am besten sehen kann, wo sind gerade warme Luftmassen unterwegs. Und wo sind kühle Luftmassen unterwegs. Wir sehen hier auf dem Atlantik eher kühlere Luftmassen. Aber hier von Südeuropa, da kommen diese warme Luftmassen. Genau am Sonntag laut der Prognose vom deutschen Wettermol-Icon bei uns in Deutschland an. In rund 1500 Metern Höhe bis zu 22, 23 Grad. Da müssen wir nochmal 10 bis 15 Grad oben draufschlagen. Teilweise 16 Grad draufschlagen. Dann kommen wir eben auf diese 37, 38 Grad im Südwesten des Landes. Unten in den tiefen Erdboden, in den tiefen Lagen. So kommen diese sommerlichen Temperaturen zustande. Zum Montag versucht dann hier die Kaltluft von Nordwesten vorzustoßen. Drückt die warmen Luftmassen langsam etwas aus Deutschland raus. Da ist aber immer noch die Frage, wie schnell geht das Ganze vonstatten. Zum Schluss noch der Blick auf die Ensemble-Vorsage. Und wir sehen hier auch eindeutig, die Temperaturen steigen an Richtung Wochenende im Norden. Über 30 Grad zum Teil. Später einzelne Schauer und Gewitter. Wir schauen nach Westdeutschland, auch hier auf die Ensemble-Prognose bis zum 21. Juli. Zunächst trocken, dann ab dem 10.11. Juli ein paar geringe Niederschlagssignale. Temperaturanstieg über 30 bis 35 Grad. Und wir blicken nach Ostdeutschland, auch hier ganz ohne Panik. Es wird wärmer, die Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad an. Ab dem 10.11. Juli gibt es ab und zu ein paar Schauer und Gewitter. Und das Gleiche in Süddeutschland. Die Temperaturen bleiben sommerlich bis zum 21. Juli im Mittel. Zum Teil anfangs um die 30 bis 35 Grad. Später um die 25 bis 28 Grad. Dann gibt es nach hinten raus aber ein paar vereinzelte Ausreißer. Auch mal bei 35 bis 40 Grad. Und ab und zu fällt Regen in Form von Schauern und Gewittern. Und noch der Blick auf die Landesmitte. Auch hier gibt es keine großen Neuigkeiten. Das warme, zeitweise auch mal heiße Sommerwetter geht weiter. Die Temperaturen bleiben anfangs hoch bei um die 30 bis 35 Grad. Danach etwas angenehmer um die 25 bis 28 Grad. Auch hier später nach hinten ein paar Ausreißer nach oben um die 30 bis 35 Grad. Ab und zu gibt es Niederschlag. Aber großer flächendeckender Landregen ist wohl nicht zu erwarten. Es sind meist nur einzelne Schauer und Gewitter. Also ich sage es nochmal gerne. Keine Panik vor der Farbe Rot. Ansonsten hilft gerne der Arzt oder Apotheker. Der hat vielleicht ein Mittelchen dagegen. Aber ich bleibe dabei, die Karten werden eben rot, wenn es wärmer wird. Das war schon immer so. Das wird immer so bleiben. Da wird man nicht dafür bezahlt hier bei uns. Wir haben echt andere Sorgen. Wir stellen wie gesagt jeden Tag für euch die neuesten Wetterprognosen zusammen. Genau wie alle Kollegen in der Branche. Wir geben täglich unser Bestes. Und bitte unterlasst doch wirklich diese schwachsinnigen Kommentare. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.